Das neue, große, komfortable Außenbecken mit Pulper ist Ende 2021 eröffnet worden. Gehört nun zu den vielen Attraktionen, die die Rupertus-Therme in Bad Reichenhall zu bieten hat. Eine Wellness- und Erholungsoase für Einheimische und Gäste aus Nah und Fern, die in diesem Jahr tatsächlich volljährig wird. Und das wird im März groß gefeiert. Am Freitag, den 24. März ist es wieder soweit. Unser alljährlicher Thermengeburtstag steht an. Die Rupertus-Therme wird 18 Jahre. Und ja, das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Und wir haben wieder mit dabei die Spielbank Bad Reichenhall. Und man kann vor Ort wieder bei Blackjack und Roulette Eintrittsgutscheine der Rupertus-Therme gewinnen. Wir haben Live-Musik. Ab 16 Uhr ganz viel geboten für unsere Gäste. Für die Gäste nur das Beste. Das gilt nicht nur am Thermengeburtstag. Das gilt jeden Tag. Sicherlich Teil der Thermen-Erfolgsgeschichte. Ja, ich denke, was die Gäste an der Rupertus-Therme am meisten schätzen, ist auf jeden Fall, dass wir nach 18 Jahren so dastehen, wie wir dastehen. Dass wir immer wieder in die Instandhaltung investieren. Dass wir den Gästen immer wieder was Neues bieten. Wir werden unsere Angebote erweitern, wie zum Beispiel das erweiterte Außenbecken mit der Poolbar, die jetzt im April dann wieder öffnet. Da freuen wir uns schon sehr. Oder eben die doppelstöckige Kristallsauna in der Saunalandschaft mit einem herrlichen Bergblick auf den Predigtstuhl. Und ich denke, man kann sehr gespannt sein, was da die kommenden Jahre noch kommen wird. Aber jetzt kommt erst einmal der Thermengeburtstag am 24. März ab 16 Uhr mit der Spielbank Bad Reichenhall und cooler Live-Musik. Musik